liebe lego freunde hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren lego news video einige von euch haben das sicherlich mitbekommen vor wenigen tagen wurde auf der webseite des shops wagner ein neues lego architecture set gelistet und zwar die lego 21058 die große pyramide von gizeh schon länger ist ja bekannt dass dieses set aus 1476 teilen bestehen soll und dabei 139 euro 99 kosten wird was für architecture eigentlich ziemlich hoch ist aktuell gehe ich allerdings nicht davon aus dass das ganze lego store exclusive sein wird das bedeutet dieses set sollte demnach auch im regulären handel und dann sicherlich auch mit rabatten verfügbar sein zwar werden auf der wagner webseite nicht viel mehr als diese rahmendaten genannt aber ich kann euch jetzt schon eine erste beschreibung zum set liefern die dann hoffentlich auch dazu beiträgt dass ihr euch hier einen ersten eindruck verschaffen könnt anders als man das vielleicht denken könnte wird es nämlich nicht so sein dass das lego set die cheops pyramide in ihrem heutigen look darstellt sondern vielmehr in ihrem historischen look von vor über 4000 jahren dementsprechend ist auch die lego pyramide aus weißen steinen erbaut die dem weißen tourer kalkstein entsprechen der früher die pyramide überzogen hat und genau wie beim historischen original befindet sich auf dem lego modell oben ein goldener schlussstein auf der spitze was einige leute vielleicht freuen wird ist dass das lego set nicht nur die bloße pyramide enthalten wird stattdessen handelt es sich mal wieder um ein kleines diorama was in etwa 46 stats breit und etwa 30 stats tief ist diesen wert solltet ihr hier allerdings nicht als final gesetzt betrachten weil während der entwicklung des sets könnten die designer die größe ihren vorstellungen entsprechend durchaus noch mal verändert haben umgeben ist das diorama wie wir das auch von anderen architecture sets schon kennen typisch mit einem schmalen schwarzen rahmen inklusive dann auch von bedruckter namens fließe im vordergrund des dioramas erstreckt sich über die gesamte breite der nil mit einer fluss breite von etwa vier bis sechs stats das variiert so immer stück für stück am ufer inklusive eines kleineren und eines größeren schiffs in der mitte des flusses befindet sich dann ein tempelartiger boots anleger würde ich mal so nennen wenn ihr genau wisst was das früher war schreibt es mir gerne unten in die kommentare und dieser ist mittels eines weges dann auch mit dem eingang der pyramide im hintergrund verbunden zwischen dem anleger und der pyramide befinden sich auf der linken seite zwei weitere kleinere weiße pyramiden und auf der rechten seite sind mehrere kleinere häuser und ein obelisk zu sehen das ufer des nils ist mit mehreren pflanzenteilen geschmückt die dann eben palmen darstellen sollen wenn ihr jetzt allerdings auf eine pyramide im wahrsten sinne der geometrie gehofft habt da muss ich euch leider enttäuschen stattdessen wird nämlich das lego set hinten offen sein und wir haben demzufolge eher eine fassade es gibt unterm strich also nur eine halbe pyramide damit wir dann von hinten auch einen blick ins innere der pyramide werfen können zu sehen sind dort die königs und die königin kammer die große galerie und auch einige luftschächte es wird wohl tatsächlich auch so sein dass es auf der rückseite ähnlich wie bei den modular buildings ein oder mehrere sogar einmal zwei steine mit technik achsen loch gibt so dass man dann auch zwei dieser lego pyramiden sets miteinander verbinden kann so dass man dann theoretisch eine komplette pyramide hat mir ganz persönlich gefällt diese gestaltung des sets auf den ersten blick etwas weniger zwar sagt mir die idee zu dass man hier auch das innenleben der chiubs pyramide darstellt allerdings eben auf kosten der hinteren hälfte der pyramide meiner meinung nach wäre es hier ein leichtes gewesen beispielsweise eine aufklappbare pyramide zu designen oder vielleicht das ganze so zu machen dass man einen teil der außenwand hätte herausnehmen können der idee dass man hier zwei sets kauft und die miteinander kombiniert steht für mich ganz klar auch der preis gegenüber schließlich sollen wir hier ja für die 1476 teile ganze 140 euro bezahlen das entspricht unterm strich etwas unter zehn cent und das ist bei architecture wirklich sehr hoch vor allem wenn wir uns die größeren sets der letzten jahre angucken aber offenbar will lego ja dass man hier zwei sets kauft um eben eine komplette pyramide zu haben wofür man dann letztendlich 280 euro bezahlen sollte blöd ist dann nur an dieser ganzen sache dass man auch das ganze ufer diorama was ja vor der pyramide ist doppelt hat und zwar dann noch mal auf der rückseite der pyramide was so natürlich keinen sinn mehr macht aber was haltet ihr denn von der lego 21058 die große pyramide von gizeh schreibt mir gerne eure meinung zu diesem ersten eindruck vom set unten in die kommentare würde mich interessieren was ihr davon haltet vielleicht findet ihr es ja cool dass es dass man zwei sets kombinieren kann weiß ich nicht schreibt mir gerne unten in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst mir gern ein like und ein abo da ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs zusehen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss